In der Medizin optimiert Funkortung die Planung und Auslastung von Therapieräumen. Mit dem Olog-Pad-System auf Grundlage der SNET-Technologie des Fraunhofer IES für drahtlose Sensornetze müssen Patienten in Zukunft nicht mehr lange warten. Bereits bei der Aufnahme erhält der Patient sein intelligentes Armband. Das Krankenhauspersonal kann hiermit den Patienten gezielt zu freien Behandlungsräumen leiten. Dies bedeutet zukünftig für die Praxis im Krankenhaus optimale Auslastung der Räume und Behandlungen, effiziente und umfassende Diagnose, zufriedenere Patienten. Fraunhofer IES Nürnberg – Technologien, die bewegen und ins Schwarze treffen.